Hallo ihr großen und kleinen Zuhörer. Ich hoffe es geht euch gut und ihr seid gesund. Und ich hoffe auch, ihr könnt irgendwie das schöne Wetter genießen, das wir zur Zeit haben. Ich habe euch ein ganz kleines Buch mitgebracht. Und zwar heißt es, hier kommt die Polizei. Die Ampel ist kaputt. Der Polizist hält alle Autos an, damit die Kinder über die Straße gehen können. Ein Unfall ist passiert. Die Polizei sperrt die Straße und schreibt alles genau auf. Das Polizeimotorrad macht für den breiten Lastwagen die Straße frei. Achtung! Alle aus dem Weg! Der Polizeiubschrauber fliegt über die Straßen. So sieht der Polizist ganz schnell, ob es einen Stau gibt. Das war es auch schon mit dem Buch. Bleibt gesund und habt viel Spaß. Tschüss!